Ist er schuld? Ich kenne ihn aus dem Internet. Clemens, was machst du denn? Hallo, ich bin Clemens Mayer von Mayer Makes. Wir sind ein Start-up, das sich vollkommen der Innovation verschrieben hat. Das zum Beispiel ist eins unserer neuesten Prototypen. Das ist ein Entwickler-Kit für CNC-Maschinen, 3D-Drucker und Robotik-Anwendungen für den neuen Raspberry Pi 4. Aber wir machen nicht nur ein Produkt, wir machen jeden Monat ein neues Proof-of-Concept oder einen neuen Prototypen. Ja richtig, jeden einzelnen Monat. Wir bringen Zukunftstechnologien raus an die Massen, indem wir Prototypen bauen, Content darüber, diesen übers Internet verbreiten und wir touren auch Veranstaltungen wie Make-Affaires und Events rund um die Welt und bringen Menschen Zukunftstechnologien näher. Und da kommt euer Sprinter ins Spiel. Alle unsere Projekte sind vollkommen Open Source. Das bedeutet, dass Menschen überall auf der Welt daran teilnehmen können, es weiterentwickeln können, auch selbst vertreibend, dadurch auch gewinnbringend. Und wir können die Ergebnisse anderer Open Source Entwickler auch für unsere Produkte nutzen und dadurch ein gemeinsames Netzwerk an Innovation entstehen lassen. Wofür brauchen wir jetzt euren Sprinter? Ganz einfach. Wir touren Make-Affaires überall in Europa und wollen Zukunftstechnologie zu den Menschen bringen. Das heißt, wir packen diesen Sprinter voll mit Technologien wie 3D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-Fräsen, Computer und was man sonst noch alles für ein richtiges Makerspace braucht. Und dann fahren wir dorthin, wo die Leute das Ganze kennenlernen, demonstrieren ihnen die ganzen Sachen, lassen sie selber ausprobieren, selber Entwicklungen testen und geben ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und dieses Interesse dann selber als Maker auszuleben. Und damit sorgen wir dafür, dass mehr Entwickler entstehen, mehr Jobs geschaffen werden, denn viele dieser Ideen werden später zu Produkten und ihr könnt ein Teil von dem Ganzen sein, indem ihr uns unterstützt mit eurem Sprinter. Wir freuen uns wahnsinnig drauf, die Welt zu touren mit einem Sprinter voll mit Hightech-Technologie, um die Menschen da draußen dafür zu begeistern. Wir sehen uns beim nächsten Mal.